Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir die Blisimbox eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blisimbox habe ich im Abo, bekomme die monatlich zugeschickt, die kommt aus Frankreich. Und die kostet 17,90 Euro pro Box ungefähr. Kann auch sein, dass wenn man eine längere Aboform wählt, dass es dann günstiger wird, aber ich zahle 17,90 Euro. Und genau, ich habe auch einen Rabatt-Link unten in der Infobox, da könnte man, ich glaube 10 Euro müsste man damit sogar sparen können. Schau da einfach mal vorbei, das geht nicht über einen Code, das geht dann irgendwie nur über den Link, ganz merkwürdig. Genau, und das ist eine Box, die monatlich erscheint. Du hast da sowohl Pfleger als auch dekorative Kosmetik mit drin. Und ich finde das sehr interessant, was hier so drin ist, weil du das meistens im etwas kleineren, in der etwas kleineren Probiergröße hast. Und man kann das theoretisch im Online-Shop bei denen nachbestellen, weil die haben einen sehr, sehr großen Online-Shop. Also ich finde den ganz schön, da bekommt man auch MAC-Produkte und so. Und ich glaube auch The Body Shop, Rituals bekommt man da auch auf jeden Fall. Und ja, das ist ganz cool, weil als Abonnent bekommt man da die Sachen ein bisschen günstiger. Die Box erscheint übrigens nicht immer als Box, sondern auch als Tasche manchmal. Genau, so ganz individuell. Das sind die französischen Boxen ja immer ein bisschen experimentierfreudiger, um das so zu sagen. Hat auch nicht immer die gleiche Größe. Und ja, dieses Mal habe ich so eine chillige Lady hier drauf, die sich irgendwie einen Liebesbrief durchliest und eine Katze auf dem Schoß hat. Also da scheint auf jeden Fall die Chillness eingezogen zu sein, soweit ich das mitbekommen habe. Denn ich habe das eben auf Instagram geteilt, dass ich heute ein paar Sachen hier abfilmen möchte. Hat mir auch jemand ein Bild von seiner Box oder von ihrer Box vielmehr zugeschickt. Die hat nämlich ein anderes Design. Das ist sehr, sehr interessant. Ich bin mal gespannt, ob hier drinnen irgendwas drüber steht. Ich nehme den Deckel einfach mal direkt ab. Und da habe ich hier etwas, was uns entgegenspringt. I love me. Und das ist eine Lady, die das quasi mit ihrem, mit ihrer Malerrolle hier drauf gemalt hat. Von Agathe Solé. Agathe Solé. Sagt mir nichts, die Dame, muss ich gestehen. Vielleicht ist es irgendwie ein Kunstgebilde von ihr, was hier jetzt adaptiert wurde. Das weiß ich nicht. Love yourself. Leute, das ist so wichtig, ne? Es ist aktuell bei mir tatsächlich ein bisschen so, dass ich so eine kleine innere Krise habe, was so ein bisschen auch mit der Winterdepression und so weiter zusammenhängt, ne? Ich habe so eine kleine Claudikrise. Und ja, ich glaube, das hänge ich mir an meinen Spiegel direkt, dass ich da morgens, wenn ich reingucke, das direkt sehe, weil das ist so wichtig. Ja, gut. Hier habe ich dann das Heftchen, wo drinsteht, was drin ist. Feuillet 2021. Also, ne? Das ist die 4-Pro-Box. Es erscheint, wie gesagt, monatlich. Premier Regarde. Also, das ist der erste Blick scheinbar. Wobei, der erste Blick müsste eigentlich die Januar-Box sein. Aber hey, läuft. Ach so, auch eine wichtige Info. Normalerweise ist alles, auch die E-Mails, die man bekommt, auf Französisch von der Blissin-Box. Aber ich habe das bei mir in meinem Internetbrowser so eingestellt, dass die Homepage automatisch auf Deutsch übersetzt wird. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, das war automatisch voreingestellt. Aber, ähm, ja, dann sind die ganzen Produktbeschreibungen auf Deutsch quasi übersetzt, ne? Äh, ja. Und wenn man halt quasi über sein normales Portal geht, also seine, seine, ne, meine-Box-Gedünzen, ähm, sind auch die Produkte, die in der Box hier drin sind, aufgeführt, dass man die theoretisch nachkaufen könnte. Ähm, aber da sind auch so kleine Beschreibungen mit dabei. Weil auch das Heftchen hier ist auf Französisch. Das hilft uns dann jetzt nicht so ultra viel weiter. Außer mir halt, weil hier die Preise auch abgebildet sind, ne? Dann kann ich euch die auch mit einbrennen, äh, einbrennen, genau. Ich brenne euch die ein. Ist okay, ne? Weil hier steht es halt auch auf Französisch, was die Boxenpacker sich dabei dabei gedacht haben. Also die haben auf jeden Fall hier eine Kooperation mit Agathe und Laurent Solet, ähm, die halt die Box gemacht haben. Und ich habe die Laurent Solet, ähm, Edition bekommen. Und da gibt es wohl noch eine Agathe Solet Variante, was mir quasi die, ähm, Followerin geschickt hatte. Elles l'ont dessiné les yeux remplis d'amour et de poésie. Also die sehen alles irgendwie durch die Augen. Rempli, weiß ich nicht, ähm, der Liebe und der Poésie. Love to love you, baby. Liebe, dass du dich selbst liebst, baby. Oh Gott, ich kann, es ist echt gebrochen, was ich hier mache. Es tut mir leid, aber ich versuche es irgendwie hinzukriegen. Hello? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich versuche hier manche Dinge hinzukriegen, Leute. Auch manche Augenlooks, aber das ist, das ist eine andere Story. Uncelebre avant tout l'amour et, äh, desois. Also es hat irgendwas mit Liebe und Freundschaft zu tun. Also Amour und Amitié. Ami-ti-i-i-i-i-i-i-i. Ami-ti-i-i-i-i-i-i. Äh, Françoise, frondeuse et on peut espiègle. Das weiß ich nicht, was diese drei Worte heißen. On s'accord du temps et on adopte des nouveaux Gests, beauté, qui attireront tous les regards. Keine Ahnung. Irgendwas, was quasi die Blicke aufeinziehen soll. Promis, vous allez vous aimer. Also es wird versprochen, dass du dich selber lieben wirst. L'équipe blissime. Okay. Ich habe es irgendwie hingekriegt, Leute. Ein bisschen gebrochen, aber es hat funktioniert. Ja. Okay. Da sind die Produkte aufgeführt. Dann hast du hier noch, das finde ich ja so cool. Die haben jetzt nämlich relativ neu, seitdem die Blissime und ich mehr Birchbox heißen, auch ein richtiges Heftchen mit Applikationsinformationen. Dann hast du hier theoretisch auch so ein bisschen, dass man sich theoretisch, na das ist eigentlich ganz cool. Hier ist irgendwas mit Rihanna. Geil. Irgendeine Liste. Keine Ahnung. Da kannst du irgendwas ankreuzen. Das ist eigentlich ganz süß, ein Interview und so. Das ist halt problematisch, wenn du halt einfach kein Französisch verstehst, weil dann hast du mit diesem Heft echt ein Problem. Aber ich denke, dass es halt echt mit viel Liebe gestaltet ist. Und hier sind auch noch so ein paar Ideen, Einkauf, Shopping, Ideen, wie auch immer. Da stehen auch immer die Preise mit dabei und was du als Abonnent halt bezahlen würdest. Geil. Das finde ich jetzt cool. Les règles ont changé. Die Regeln haben sich geändert und das ist halt so eine Edition, die es wohl bei denen im Shop gibt. Und da geht es um die Periode. Das finde ich super interessant. Ich habe da ja selber auch aktuell ein Video zugedreht. Fand ich einfach super interessant. Auch heute trage ich übrigens Menstruationsunterwäsche, um das so zu sagen. Und das finde ich cool. Finde ich wichtig, dass man das halt auch ein bisschen mehr thematisiert. Genau. Und eine neue Hello Baby Edition ist auch online. Auch das kann man sich in dem Shop mal angucken. Die habe ich ja auch schon mal bestellt. Habe die hier vorgestellt. Und da wurde mir auch geschrieben, oh schade. Die gibt es nicht mehr und so. Leute, jetzt gibt es sie. Die gibt es übrigens immer mal wieder. Und hier sind dann nochmal ein paar Produkte aufgeführt. Ich komme jetzt zu den Produkten aus der Box. Und da will ich gar nicht um den heißen Breit herum zuregen. Sagt es sie nach 8 Minuten. Quatschen läuft bei ihr. Von Fenty Beauty haben wir hier ein Produkt drin. Ich habe tatsächlich so Angst gehabt. Welche Farbe habe ich denn jetzt? Ash Brown, mega gut. Denn man konnte sich eine Farbe aussuchen. Und ich habe die E-Mail übersehen. Weil ich irgendwie, ich glaube eine Woche oder so, habe ich mal nicht in meine E-Mails geguckt. Weil ich einfach nur ein bisschen Zeit für mich tatsächlich gebraucht habe. Und ja, da war die E-Mail leider mit dabei. Und da ist halt ein Augenbrauenstift von Fenty Beauty mit drin. Das ist so, so, so geil. Weil Ash Brown wäre auch die Farbe, die ich mir ausgesucht hätte tatsächlich. Feiere ich hart. Und das ist ein interessanter Spoolie. Weil das ist ein Bürstchen. Das sieht ja auch fancy aus, oder? Nicht richtig fancy. Okay. Und ich sammle ja die dekorative Kosmetik aus den ganzen Beautyboxen, um damit am Ende des Monats auch ein Schminkie zu drehen. Und hier haben wir dann die Farbe. Dass es so aussieht. Hä? Da malte er nicht. Malte er hier. Und der ist ganz schön hart, ne? Doch, die Farbe sieht gut aus. Ach, du ahnst es nicht. Ich freue mich. Geil, oh, Mad. Also, dass man erstmal, dass man überhaupt einen Augenbrauenstift in der Beautybox mit drin hat, finde ich cool. Dann, dass man von Fenty Beauty einen Augenbrauenstift mit drin hat, finde ich cool. Dass man sich die Farbe aussuchen konnte, finde ich auch gut. Und dass, wenn man es verkackt, sich die Farbe auszusuchen, man doch die richtige Farbe geschenkt bekommt, feiere ich gerade hardcore. Sammy lassen seine Party feiern. Yay! Wir feiern eine Party. Boah, diese Frau ist echt gestört. Es tut mir leid. Falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du es gerne hier unten einmal nachholen. Hätte ich echt Bock drauf, dass du mir folgst. Es tut mir leid, dass ich manchmal ein bisschen durchgekackt bin. Heute ist Samstagabend. Es ist 20.08 Uhr und ich bin echt ein bisschen paddelig heute. Okay, das nächste Produkt ist, da weiß ich aber nicht, ob das preislich auch aufgeführt ist. Du hast nämlich normalerweise so fünf Produkte in der Box und ich habe hier noch vier weitere. Ich glaube, das ist eher so ein Goodie von Victor und Rolf. Flower Bomb Midnight. Das finde ich eigentlich ganz geil. Hier sind 1,2 Milliliter drin. Das ist so ein kleines Mini-Parfum. Ich bin ja kein Fan von Parfümproben. Ich sammle die ja, ne? Aber ich glaube, dieses... Das bewahre ich mir für meinen Schmink hier auf tatsächlich, weil das zählt für mich dann auch irgendwie zu dekorativer Kosmetik. Und dann werde ich das verwenden und dann werde ich das danach auch aufbrauchen. Und jetzt freue ich mich schon auf Ende Februar, damit ich das verwenden kann. Wobei ich das theoretisch jetzt hier auch testen könnte. Komm, wir testen das jetzt mal. Ich glaube, ich hatte... Ja, ich hatte das mal als Duschgel. Da fand ich das schon so geil. Das riecht angenehm. Boah, ist das ein schöner Claudi-Duft. Ohne Witz. Ich mag ja gerne so etwas verspieltere Dufte. Ja, man soll das nicht machen. Ich weiß, aber ich mache es immer. Blumig. Leicht süß. Voll gut. Leicht weiblich, aber nicht zu schwer weiblich. Das kommt safe in meinen Full Face. Wenn ich übrigens auch Nagellacke mit in diesen Boxen habe, werden die natürlich auch da mit reinkommen. Alles, was ich mit reinpacken kann, geht mit rein. Ja, vielleicht werde ich die sogar vorher benutzen. Mal gucken. Grace and Stella. It's like an energy drink for your eyes. Wie ein energy drink für die Augen, okay? Das sind untere Augenpatches. Ich bin ja eigentlich ein Fan von, habe ich jetzt hier nicht stehen, von diesen Pöttchen. Da hast du dann 60 Stück drin. Hast dann viel weniger Müll. Das ist eigentlich eher so meine Welt. Aber wenn ich die halt im Boxen oder so mit drin habe, dann behalte ich die auch und dann verwende ich die auch. Weil, ne, die sind ja eh schon produziert. Was soll ich machen? Finde ich aber ganz cool. Ja, und sowas ist halt auch ganz nice, ne? Wir kennen die ja von Juti. Auch bei uns, die sehen ja genauso aus. Doch, das finde ich cool. Das wird ausprobiert. So, dann habe ich hier The Makeup Remover. Da könnte ich mich theoretisch schminken und direkt abschminken. Nein, das wäre ein bisschen verschwenderisch, ne? Von Glyme. Bo-der-Demaquilong-Vegan. 99% natürliche Inhaltsstoffe. Huile de Coco. Ich mag nicht so gerne Kaka, äh, Kaka. Ich sage immer bei hier, ne? Coco. Und Karité-Butter. 30ml sind hier drin. Das hört sich ja per se alles schon mal gut an, ne? Aber ich bin ja echt kein Fan von Kokos. Kokos kann halt auch, also ich habe das von vielen gehört, die sich mit Kokosöl abgeschminkt haben, kann komedogen, also pickelverursachend wirken. Und deswegen werde ich das halt auch weitergeben, weil ich habe halt eine zu Unreinheiten, sehr merkwürdig, zu Unreinheiten und, ja, zu Unreinheiten neigende Haut, obwohl ich auch eine trockene Haut habe. Aber das Leben als solches ist eines der härtesten, ne? Genau, aber sowas ist ganz praktisch. Das kann man auf jeden Fall gebrauchen. Und das ist auch eine gute Probiergröße, ne? Das ist nicht zu groß und nicht zu klein. Dann haben wir hier von Algologie. Sowas ähnliches hatten wir auch schon mal. Also die Marke kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich glaube, die hatten wir schon mal in der Bissimbox mit drin. Regarde Vague, das ist ein Refreshing Eye Gel. Und sowas ist ja auch immer nice, ne? 15 Milliliter haben wir hier enthalten. Und sowas ist dann auch perfekt für morgens, damit du halt so einen etwas wacheren Look direkt bekommst. Ich verwende auch aktuell von Good Molecules das Morning Eye Gel oder sowas. Das ist halt auch so extra für morgens. Und ich merke richtig, wie gut mir das tut. Und, ja, sowas kann ich mir für morgens sehr gut vorstellen. Ich brauche morgens halt nicht so die Mega-Pflege-Geschichte, also mega reichhaltige Pflege. Das brauche ich dann halt eher abends. So über Nacht verwende ich das gerne. Genau. So, und das Letzte, was mit in der Box drin ist, sind die Moonpads von Glove. Und da sind zwei Stück von drin. Und die habe ich, glaube ich, auch schon. Und das müssen ja diese rosafarbenen sein. Ja, die sind aber ganz nice. Da komme ich auf jeden Fall mit klar. Wenn das die sind, die ich schon habe, die sind cruelty-free und vegan, dann sind die ganz gut. Dann sind die rosa. Aber die Naht nervt mich ein bisschen. Aber ich mag das von der Haptik ganz gerne. Ne, das sind noch andere. Ja, wobei, das werden die gleichen sein, nur halt in einer anderen Farbe. Zwei Stück hiervon sind da drin. Und das sind halt so Mikrofaser-Pads. Ich habe übrigens gelernt, dass ich das immer eigentlich richtig gemacht habe mit diesen Mikrofaser-Pads. Weil wenn ich die wasche, wasche ich die ja natürlich in der Waschmaschine, dann mache ich die aber vorher immer in so einen Wäschenetzbeutel rein. Ein sehr, sehr feinmaschiges, damit halt diese ganze Mikroplastik-Geschichte nicht irgendwie ins Grundwasser gelangt. Und irgendwie so wurde mir das erklärt, weil ich hatte das auch mal in irgendeinem Video auch erzählt und dann auch nachgefragt, weil ich wissen wollte, wie man das verhindern kann. Weil jemand hatte geschrieben, dass man irgendwas, irgendeinen Beutel drumherum machen kann. Die haben auch einen ganz bestimmten Namen, den ich schon wieder vergessen habe. Kann ich euch mal einblenden und auch in der Infobox verlinken. Das ist so, also du kannst halt entweder werden die, wenn du sowas halt dir holst unter dem Namen bei Amazon eingeben, keine Ahnung, wie das heißt. Ich habe schon wieder vergessen. Egal. Bekommt man halt diese Jute-Sachen vorgeschlagen, die ich halt hauptsächlich verwende. Oder, wenn ich die halt gerade alle in Anwendung habe und nichts anderes habe, nehme ich ganz, ganz feinmaschige von diesen Polyester-Viechern. Die funktionieren auch wohl, habe ich gelesen. Naja, aber auf jeden Fall, ne? Ist nett. Kann ich gut gebrauchen. Verwende ich halt, um Toner aufzutragen, um mein Augen-Make-up abzunehmen oder mein Lippen-Make-up. Das finde ich klasse. Sowas kann ich immer gut gebrauchen. Leute, und das war jetzt die Blissim-Box. Hier steht noch was drin. Take time for yourself. Das werde ich später mal irgendwann machen. Jetzt werde ich tatsächlich erst mal ein paar Videos drehen. Ja, ich fand sie wieder gelungen. Also, ja, Selbstliebe mit Make-up zu finden und um seine Augenpartie aufzufrischen, kann man so interpretieren. Ich finde dieses Parfum gerade so richtig geil, weil ich rieche das gerade überall hier, ne? Das riecht sehr, sehr angenehm. Ich freue mich sehr über diesen Augenbrauenstift. Also allein dadurch hat sich diese Box schon gelohnt, finde ich, ne? Das ist gar nicht, was er normalerweise kostet. Mal kurz reinlinsen hier. Steht hier nicht, doch. Der würde normalerweise kosten... Nix. Steht nicht bei, wie viel der kosten würde. Schön. Läuft. Keine Ahnung, aber ich würde schon vermuten, dass der auch so seine 15 Euro oder so kostet. Dementsprechend hat sich die Box gelohnt. Es sind coole Produkte drin. Es sind brauchbare Produkte drin. Und das ist eben etwas, was die Blisimbox auch ausmacht. Du hast hier brauchbare Produkte drin und nicht irgendwie ein Killefit oder so. Deswegen kannst du dir auch bei Augenbrauenstiften oder teilweise bei Lippenfarben, bei Lippenprodukten die Farbe aussuchen. Damit du halt auch wirklich eine Box bekommst, die auf dich zugeschnitten ist und wo du halt Bock drauf hast. Und deswegen gefällt die mir. Ja. Ihr Lieben, das war's dann mit der Box. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega darüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.